Herzlich willkommen zur neuen Folge des SILA Talks, heute nur mit mir und heute zum Thema integrierte Management Systeme. Das heißt, ich werde euch erklären, wie ihr mit einem integrativen Ansatz eure Management Systeme effizienter und effektiver nutzen könnt. Ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr auf unserer Seite unterwegs wart, schon diese Grafik gesehen. Ich hoffe, es funktioniert, dass sie auf meiner Hand aufgetaucht ist, mit dem Zauber des Edits. Ja, vorher war es so, dass Management Perspektiven, also es könnte zum Beispiel so was sein, in unserem Fall Informationssicherheitsmanagement, Qualitätsmanagement, Datenschutzmanagement, Lizenzmanagement, aber auch Perspektiven wie zum Beispiel Arbeitssicherheit oder Brandschutz, die wurden oftmals wie ein Silo für sich genommen betrachtet oder wenn man jetzt das Tempelbild nehmen würde, wie eine Säule, aber außerhalb des Tempels, nur auf sich allein gestellt. Und unser Ziel, unser Ansatz ist es, dass wir da eine holistischere Perspektive einnehmen und dass wir den Tempel komplett abbilden mit der SILA. Das bedeutet, einmal die Management Perspektiven mit reinnehmen, alle zusammen, auch modular erweiterbar, was uns wichtig ist. Und was an der Stelle dann den integrativen Ansatz ausmacht, ist natürlich, dass wir versuchen, in den einzelnen Management Perspektiven, also in den jeweiligen Säulen, Bereiche zu identifizieren, die wir in mehreren Management Perspektiven benötigen oder gebrauchen können. Das können beispielsweise Dinge sein, wie eine Strukturanalyse oder eine Prozessanalyse oder auch ein Risikomanagement-Ansatz. Wir identifizieren das häufig, dass wir in Unternehmen reinkommen und wenn wir zum Beispiel aus gesundheitlicher Perspektive, aus Qualitätsmanagement und aus Informationssicherheitsperspektive jeweils verschiedene Risikomanagement-Ansätze haben, dann heißt ein hohes Risiko mal 8, mal rot und mal 35. Und das Management hat dafür natürlich viel mehr Aufwand zu verstehen, worum es eigentlich geht. Das wäre ein Beispiel, wo es sehr sinnvoll ist, das zusammenzulegen. Und wenn man in unserem Bild widersprechen würde, würde das bedeuten, dass wir anstatt für jede Säule ein eigenes Fundament zu gießen, versuchen ein Fundament so zu definieren, integrativ zu definieren, dass das Fundament alle Säulen trägt, die Anforderungen all dieser Säulen erfüllt, all dieser Management Perspektiven erfüllt und gleichzeitig natürlich die Effizienz steigert. Man muss nur noch eine Risikomanagement-Perspektive definieren. Man muss nur noch eine Strukturanalyse haben. Ein gutes Beispiel ist auch zum Beispiel die DGU VV3-Geschichte. Das wird inzwischen jedes Unternehmen treffen, dass es darum geht, alle elektrischen Geräte aufzunehmen und entsprechend durchzumessen regelmäßig. Häufig schickt man dann Elektriker durchs Gebäude und er nimmt dann erstmal selber alle Geräte auf, obwohl man selber bereits eine Liste hat, wo die Geräte alle verzeichnet sind. Also sinnvoller ist es natürlich, in der eigenen Liste die gemessenen Werte aufzunehmen. Diese Teile fassen wir dann zusammen in dem Fundament. Ja und die andere Seite, wenn wir unten das Fundament haben, haben wir oben natürlich das Dach. Auch da versuchen wir Dinge analog oder gar geteilt aufzusetzen. Und da geht es darum, wie wird das organisiert. Wir treffen sich zum Beispiel gemeinsame Gremien. Man muss sich auch austauschen über diese Inhalte. Und man kann natürlich auch versuchen, dass man diese Berichte dann zusammen macht. Dass das Management, dass diese ganzen Management Reviews machen muss, nicht jede Woche einen Termin hat, sondern in einem gemeinsamen Termin das alles abreißen kann. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass wir als Teil dieses Konzepts eine hohe modulare Erweiterbarkeit implementieren. Das bedeutet, wir können horizontal und vertikal erweitern. Wir können zum Beispiel Management Perspektiven andocken. Wenn man jetzt sich überlegt, man möchte Umweltmanagement oder Energiemanagement betrachten, dann kann man das in diesem Management System verankert dran docken und kann vieles nutzen, was bereits da ist und kann natürlich das, was man neu schafft, in anderen Bereichen nützlich machen. Die andere Erweiterungsrichtung ist dann die horizontale Erweiterung. Das bedeutet, man kann auch den Geltungsbereich, man kann zum Beispiel weitere Standorte, weitere Unternehmen aufnehmen. Es ist wichtig, gerade wenn man eine Firma hat, die viel wächst, ob das organisches oder anorganisches, also Merch and Acquire Wachstum ist. Sobald neue Geltungsbereiche dazukommen, möchte man die auch onboarden in seinem Management System. Und wenn man das mit einer Struktur versieht, in einem integrativen Ansatz, kann man das auch in einem Schritt tun. Jetzt ist natürlich die Frage, wie setzt man sowas um? Wenn man ein großes Unternehmen ist, kann man dafür durchaus eigene Stellen schaffen. Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Unternehmensgruppe eigene Stellen mit einem Officer und Stellvertreter, die nur für dieses integrierte Management System, was über den jeweiligen Management Perspektiven steht, zuständig ist. Wenn man kleiner ist, ist das nicht so nützlich, einfach nicht so bezahlbar, wenn man ehrlich ist, dafür extra Leute abzustellen. Aber das Wesentliche ist nicht so sehr, welche Rolle man schafft, welche Leute man anstellt in diesem Zusammenhang, sondern das ist ein Mindset. Man muss sich einfach in diesem integrativen Ansatz bewusst machen, dass all diese Management Perspektiven immer miteinander kommunizieren. Ich brauche das, hat das schon jemand. Ich habe das gemacht, kann das jemand gebrauchen. Und allein mit diesem Gedanken kann man schon sehr viel schaffen. Ja, und wenn Sie wissen wollen, wie setzen wir das konkret um, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten kennen Sie, die stehen auch irgendwo da unten. Und ja, bis bald.